Hi Leute, was geht's? Ich bin's hier, eure Becci und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar werden wir heute wieder einen Roblox Account erstellen für eine Figur. Auch unter anderem aus einem Film, aber auch aus einem Buch. Und eine weihnachtliche und nicht nur irgendeine, sondern wir machen heute einen Roblox Avatar für Elf und der Schelfmann. Ja, der auch ein bisschen spooky ist, finde ich. Soll ich auch noch eine weitere weihnachtliche Figur machen? Dann lassen wir jetzt einen Daumen nach oben da. Bei 5000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, dann wird's vielleicht auch der Grinch. Soll ich das mal machen? Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was steht bei euch an Weihnachten an? Was habt ihr so vielleicht für Traditionen vom 24. bis zum 26. Schreibt's mir mal gerne oder wenn ihr kein Weihnachten feiert, was macht ihr sonst so? Und ich würde sagen, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne Abo da, aktiviert die Glocke und let's go! So Leute, da wollen wir bei dem Elf und der Schelf ein Account erstellen. Und ich habe keine Ahnung, wann er wieder mein Geburtstag hat. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass die Tradition so 2005 kam. Das heißt, er müsste jetzt 18 geworden sein. Oh mein Gott, er ist volljährig. Außer er ist am 24.12. Geburtstag, dann wäre er noch nicht 18, dann würde er 18 werden. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn da Geburtstag lassen haben soll, weil, ähm, ja, er soll jetzt schon 18 sein, Leute. Er soll schon Geburtstag gehabt haben. Ich würde mal sagen, er hat am 1.12. Geburtstag. Oder weil das passt ja irgendwie, ne? Das klingt gut, glaube ich. So im Dezember hat er bestimmt Geburtstag. Männlich, aber es gibt auch Mädchenelfen. Aber wir nehmen den Stollart Elf on the Shelf und der Name. Ich glaube, Elf on the Shelf ist schon weg, oder? Ich probiere es mal, aber ich glaube nicht, dass wir Glück haben. Elf on the Shelf. Gibt es schon. Und man darf, glaube ich, nur einen Unterstrich nehmen. Okay, äh, Moment, ich mache die mal weg. Haben wir schon. Verdammt, und es gibt nur solche mit solch ekligen Zahlen. Nee. Was ist mit The Real? Warte, The machen wir klein, dann Real groß. Warum geht das nicht? Zu lange. Nein. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, wir nehmen die Variante, oder? Ja, jetzt überlege ich mir noch eben ein Passwort, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde noch Robux auffüllen. Das muss ich auch noch machen. So, Leute, jetzt kann es endlich losgehen. Ich habe jetzt Robux aufgefüllt. Wir haben jetzt aber hier ein Bacon-Hair. Der kann ja natürlich nicht so bleiben. Jetzt überlege ich gerade, was ich als erstes mache. Mache ich erst einmal seinen Körper, oder mache ich erst einmal seine Klamotten? Nimm ich normale Hände? Moment, ich muss mal eben schauen, wie nochmal der Elf on the Shelf genau aussieht. Okay, so sieht der aus. Er hat eher Handschuhe an. Ist sehr dünn. Und für alle, die nicht wissen, wer oder was der Elf on the Shelf übrigens ist, Leute, der Elf on the Shelf ist angeblich ein Helfer vom Weihnachtsmann, der über der Weihnachtszeit dich beobachtet. Das finde ich irgendwie sehr gruselig. Er schaut ganz genau, was du machst. Und er erstattet jede Nacht Bericht beim Weihnachtsmann, ob du gut warst oder schlecht. Also böse oder artig. Und du darfst die nicht anfassen. Normalerweise. Ähm, ich würde sagen, wir ziehen erst einmal die Klamotten hier aus. Weil dann kann man es sich nachher besser vorstellen, wenn man das anprobiert. Warte, wo sind die Sachen hin? Hier, Hose aus. Alter, überhaupt nicht weird. Baconhaare leider weg. Aber ich würde sagen, wir machen erst einmal seinen Körper. Passt das besser? Ob das schmal ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir nehmen erst einmal das, was könnte zu muskulös aussehen. Haben wir eigentlich hier unten so einen Körper, der vielleicht besser passen könnte? Ich weiß es nicht. Sonst müssen wir irgendwie einen Körper kaufen. Ich mache jetzt mal das so. Und dann versuche ich ihn einfach mal so schmal wie möglich zu machen. Und auch schon... Naja, aber so groß ist er eigentlich gar nicht, ne? Aber für Elfen ist er schon relativ groß. Also, ich glaube nicht, dass er so als Riese durchs Spiel latschen sollte. Aber... Kopfgröße, obwohl er hat einen schon ziemlich großen Kopf. Deswegen können wir den eigentlich so lassen. Egal, ich lasse es jetzt erst einmal so. Aber ich gucke trotzdem noch mal bei den Körpern. Oh, ein kleiner Geist! Guck mal, wie süß! Er ist so süß! Alter, das könnt ihr doch tragen. Oh mein Gott! Ich glaube, den kaufe ich mir selber mal. Weil der ist so süß. Guck mal den Lebkuchenmann an. Passt irgendwas zum Elf on the Shelf? So was sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber die Füße passen irgendwie nicht. Die sind doch eher gerade. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist aber ein Mädchen. Gibt es das noch als Junge? Das sieht schon eher nach Elf on the Shelf aus. Oh nein! Ich kaufe zu viele Körper am Ende. So Leute, jetzt geht es an die Kleidung. Ich habe jetzt ein paar Körper geholt. Aber ich lasse jetzt erstmal die Standardversion, die ich hier habe. Damit ich ungefähr weiß, wie es aussieht. Aber dann, wenn ich die Klamotten alle gefunden habe, die ich brauche. Und dann gehen wir zusammen an den Körper nochmal ran. Was gibt es so, wenn man unter Elf on the Shelf schaut? Also es wurde schon eingegeben. Leute, wir haben so einen Hut! Oh mein Gott! Das ist nice. Oh mein Gott, den kaufe ich mir. 50 Hobux ist eigentlich in Ordnung. Der sieht echt schick aus. Der sieht genauso aus wie der Elf on the Shelf. What the heck? Oh mein Gott. Gruselig. Sag mir nicht, es gibt kein Shirt. Ich sehe hier lauter Hüte und Elfenohren, aber keinen Anzug. Moment, mal gucken, was wir unter Elf on the Shelf Shirt finden. Leute, ich glaube, ich habe es geerfordert. 5 Robux, das ist geschenkt. Obwohl, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber sein Kragen ist doch, glaube ich, schon ziemlich groß. Das gefällt mir auch. Das kommt auch sehr an das Original ran. Ich nehme einfach das auch noch mit. Mal gucken, was mir nachher besser gefällt. Elf on the Shelf Pants. Mal gucken, was wir da finden. Das hole ich mir, glaube ich. Ich hoffe, das ist derselbe Rotton. Vielleicht hole ich doch lieber zwei Hosen. Weil man weiß ja nie, ne? Kann sein, dass es plötzlich dunkler oder heller ist. Aber da ist noch ein bisschen schwarz dran. Das nervt mich ein bisschen. Aber egal, ich hole es jetzt einfach trotzdem mal. Und wir brauchen jetzt Haare, ne? Elf on the Shelf. Mal gucken, was ich unter Haare finde. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht gut aus. Das ist zu zerzaust. Er hat irgendwie so schöne Haare. So ein bisschen schön gegelt. Ne, die hängen zu sehr im Gesicht. Das ist, glaube ich, auch zu dunkel. Das ist auch zu sehr nach hinten gegelt. Oh, das wird schwer, Leute. Keiner denkt mehr an die Standardfrisur, ne? Also, das könnte vielleicht passen. Ich kaufe sie jetzt einfach mal. Ich muss nachher mit dem Outfit und mit dem Hut zusammensehen. Plus Gesicht und so. Ich nehme es aber lieber mal mit, bevor ich es nachher nicht mehr wiederfinde. Die hier könnten eigentlich auch passen. Die gefallen mir auch von der Farbe her. Okay, er hat blaue Augen, Leute. Mal gucken, was ich hier finde. Das sieht mir zu sauer aus. Da steht ja auch angry. Oh, nee, das ist zu abgespaced. Ich habe irgendwie so süße Augen. Das wird schwer, Leute. Das da passt auch nicht so ganz. Alter, das sieht jetzt richtig gruselig aus. Leute, ich habe hier ein Elf gefunden. Ich glaube, das ist auch gleichzeitig ein Körper mit Klamotten und allem. Aber das Gesicht finde ich nicht schlecht. Das Gesicht kommt eher ran an Elf on the Shelf als alle anderen, die ich bislang gesehen habe. Also, da ich noch ziemlich viel Robux habe und sein Outfit ziemlich günstig war, nehme ich das jetzt einfach mal mit, bevor ich das nachher nicht mehr wiederfinde. Egal, wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach die Sachen ran. Das Gesicht machen wir zuletzt. Falls wir denn überhaupt ein anderes Gesicht brauchen. Vielleicht passt das ja alles so. Okay, wir nehmen erst mal das mit den größeren Kragen. Aber ich glaube, die Statur passt gar nicht, weil... Er ist nicht muskulös. So, Hut auf. Ich glaube, das passt eher zusammen, oder? Ich glaube, das dunklere, weil dann passt das mehr zum Hut. Ich glaube, sogar das gefällt mir eher, ne? Dann schauen wir jetzt mal nach Haaren. Da hatten wir einmal das oder das. Aber es sieht eher nach Elf on the Shelf aus. Vielleicht muss ich gleich einen anderen Hut holen, obwohl das der perfekte Hut wäre. Stört das, Leute? Sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? Was ist damit? Oh, nee, noch schlimmer. Okay, ich glaube, das gefällt mir sogar eher als das. Sieht ein bisschen ordentlich aus. Beim Elf on the Shelf sehen die Haare sehr ordentlich gegelt aus, okay? Also, der Kopf geht gar nicht. Der Kopf geht überhaupt nicht, Leute. Ey, was haben wir denn hier? Oh, nee, da sieht man ja gar nichts mehr. Also, das sieht alles so seltsam aus. Ehh! Eigentlich wäre der Körper perfekt. Aber was soll ich machen, Leute? Wie kriege ich das eine andere Farbe? Geht das überhaupt? Kann ich da überhaupt sowas anziehen oder brauche ich andere Klamotten für? Das ist jetzt irgendwie voll sad. Ähm, vielleicht brauche ich einen Frauenkörper, oder? Weil das kommt dann eher schon hin. Von der Statur her. Weil er schon sehr schmal ist. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schwer ist. Ehrlich jetzt? Hättet ihr das gedacht? Aber das ginge eigentlich auch. Okay, dann nehmen wir das einfach von der Frau. Aber die Arme lassen wir dann so. Okay, jetzt müssen wir uns um den Kopf kümmern, weil das kann nicht so bleiben. Das könnte eigentlich passen, ne? Schlank? Nee. Schmal. Was ist mit schmal? Er hat eher so ein rundes Gesicht. Wir nehmen gemeißelt. Ich glaube, das sieht am besten aus. Oh, Leute, jetzt hat er keine Handschuhe mehr an. Ich habe es geändert, weil das war ja hier komplett weiß. Und jetzt hat er keine Handschuhe. Nein! Ich dachte, dass er ja dabei sein. Ich glaube, ich muss noch Handschuhe kaufen. Aber sein Kopf ist einfach viel zu groß. Der muss auf jeden Fall kleiner sein. Ich müsste ihn richtig groß machen, damit er noch schmaler wirkt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu übertrieben. Und Kopfgröße machen wir so klein wie möglich. Aber ich muss einen anderen Santa-Hoot holen, weil die Haare gucken noch raus. Das würde funktionieren. Aber dann hätte er halt hier so einen Bommel. Der ist nicht schlecht. Der gefällt mir. Auch wenn er oben einen Bommel hat. Aber der gefällt mir ja. Okay, mal gucken, was wir unter weißen Handschuhen finden. Ich hoffe, dass die jetzt nicht doof aussehen. Die sind perfekt. So, Handschuhe sind angezogen. Jetzt gucke ich nochmal nach Animationspaketen. Aber ich glaube, da brauche ich gar nichts Großartiges. Das könnte vielleicht eher passen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er läuft, er eher so laufen würde. Oder vielleicht so ein bisschen geknickt. Wirklich? Ne, passt gar nicht. Mag ja auch nicht. Vielleicht kaufe ich Oldschool. Okay, auf jeden Fall nichts tun. Nehmen wir das. Gehen. Ich glaube, dann nehme ich doch lieber das hier. Laufen. Nehmen wir vielleicht das. Springen. Dann nehmen wir das. Fallen. Ja, das passt perfekt. Klettern. Dann nehmen wir auch mal lieber das. Schwimmen. Ja, dann nehmen wir das. Leute, ich habe gerade Haare gefunden. Die könnten vielleicht eher an den Elf von der Schelf rankommen. Ich meine, das hängt zwar so runter vorne. So ein bisschen strähnig. Aber an den Seiten sieht das nicht schlecht aus. Das ist sogar gratis. Also das hole ich mir auf jeden Fall. Weil dann könnte ich vielleicht den Hut so drauf lassen. So, jetzt fehlt es mit meinen Elf von der Schelfs fertig. Endlich. Wir haben diese Variante hier. Die sieht sehr wie Elf von der Schelf aus. Oder diese Variante hier. Ich finde beide nicht schlecht. Ich gucke mal gleich im Game, ob das so weit von der Statur her passt. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden. Ich glaube, ich lasse sogar die hier. Weil, ja, die Mütze ist halt mehr so wie hier. Nicht so wie die andere Variante. Aber lasst es mich gerne wissen. Ich nehme ein Schlacht mit Elf von der Schelf. Vielleicht passe ich ja perfekt rein. Ey, ich bin voll schnell unterwegs hier. Wow, wie cool. Leute, das ist mein Elf von der Schelf im Game. Und ich bin so happy damit. Das sieht so schön aus. Der Hut passt perfekt jetzt mit den Haaren. Und, ja, das Ding hat irgendwie jeder auf. Aber wie nice ist das? Und ich wusste gar nicht, dass es ein Elf von der Schelf Game gibt. Soll ich das mit euch zusammen mal spielen? Dann lasst mal jetzt ein paar Geschenke-Omojis unten in den Kommentaren da. Ich hoffe, gleich eine Freundschaftsanfrage bekommen. Nice. Habe ich gleich mal angenommen hier. Ich komme anscheinend gut an. Aber lasst mich gerne wissen, wie ihr mein Elf von der Schelf findet. Von 1 bis 10. Schreibt es mir dann jetzt gerne in die Kommentare. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so, ihr Lieben. Bye. Bye. Bye.